Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Part von The Evil WFN. Ja, wir verrecken hier fröhlich vor uns hin. Das ist das einzige, was wir können, das einzige, was ich kann. Und ja, also auf gut Deutsch eh nichts Neues. Und es wird gleich geschossen. Jawohl. Scheiße, ich brauch Deckung. Ja, es wird gleich geschossen. Und ich versuche hier noch drüber zu kommen. Um mich schnell zu dücken. Duck dich, du Trottel. Alter, was für ein Depp. Ja, komm doch rein. So, ist fein. Und tschüss. So, ist gut. So, schnell drüber. Nochmal dücken. So, der hat diesmal nichts, schade. So, Halleluja. Ja, genau. Da oben haben wir so ein... Ein Typi. Der muss erschossen werden. So. Äh, Scharfschütze. So. Da muss ich, glaube ich, noch ein Stück, ne? Der war jetzt da oben, ne? Ja, da ist er. Ja. Jetzt waren wir schneller. So, gleich nachladen. So, aufnehmen. Das ist jetzt das Doofe, dass ich, ähm, noch nicht mitgeskillt hatte, dass wir mehr Munition tragen können. So, jetzt muss ich aufpassen. Da war jetzt eine Falle irgendwo. Meine Nerv. Ah, dahinter war sie, genau. Stimmt. Und dücken. Jawohl. Da hat's ihn dahin gerafft, den Trottel. Halt. Langsam, 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 langsam. Jawohl. Falle haben wir. Da ist aber Wix. Da haben wir unser Gelee. Und da war noch jemand. Hier ist sie. Ich sehe sie. Da. So. Super. Ach ja, Licht. Habe ich vergessen. Entschuldigung. Na. Also wirklich war, unser Kopf ist kaputt. Eindeutig. Da können sie sagen, was wollte. Unser Kopf ist im Arsch. So. Jetzt werden wir da versuchen, den Trottel rauszulocken. Da kommt er schon. Und dücken. So. Und? Einmal noch. Da sind wir. Ja, komm. Ja, komm. Und? Zack. Sehr schön. Ich mag das. Ich glaube, das Karussell hätte ich gern länger. Super. Da ist noch einer. Mir ist was rechts. Ja, komm. Die sind schlau. Ah, doch mal. Ich dachte schon, der kann... Der duckt sich jetzt. Der ist schlau. Nein. Gott sei Dank. So. Super. Das lief fein. So. Verbrennen zahlt sie nicht aus, oder? Diese Typen sind eh erledigt. So. Langsam wieder. Ich sehe deine Bombe. Aha. Hm. Hm. Die ist nervig. Piep, piep, piep. Piep, 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 piep. Untersuchen. Ich will noch nicht. Ich will zuerst die Kisten zusammenschlagen. Wenn ich jetzt da... Aha. Da haben wir Bolzen. Voll. Zack. Okay. Da passiert uns noch nichts. So. Schön, schön. Dann untersuchen wir mal, ne? Kein Strom. Kein Strom. Da ist so ein Strom. Kein Strom. Kein Strom. Nichts gut Strom. Ich will den nicht machen. Tap, tap, tap. Halt. Was war da? Da war nur eine Flasche, ne? Ja. Gut. Dann. Gehen wir wieder zurück, glaube ich, ne? Da ging, gab es eine Leiter nach oben. Ne? Da erinnere ich mich, glaube ich, schon noch richtig. So. Nur warten, bis es nochmal über uns drüber ist. Und jetzt. Na gut. Hopp. Und ducken. Ducken. Brav. So. Da hier gab es irgendwo eine Leiter, ne? Hier, ja. Genau. Dann liegst du wieder auf. Da, da, da. Ich mach die mal kurz aus. Ah, ich sehe schon. Mit ein bisschen Glück. Das können wir jetzt auch gleich üben. Mit einer Flasche kann man nämlich hier die Bombe aktivieren. Mit ein bisschen Glück. Das hat nichts geholfen. Das war nicht schlau von mir. Oh. Oh. Dann halt so. Das war nicht schlau von mir. Also so macht man das nicht, ja? Eigentlich hätte ich das mit der Bombe hinhauen sollen. Aber dafür hätte ich sie noch weiter herlocken müssen, wahrscheinlich. Ich hätte müssen mich hinstellen, sagen, hallo, da bin ich. Und dann wäre es wahrscheinlich gegangen. Aber ich habe sie wieder mal versämmelt. Da, jetzt. Vielleicht hätte ich sie auch müssen lähmen. Und das wäre auch gegangen, vielleicht. Ja, auf solche Ideen komme ich ja wieder mal viel zu spät. Oh. Da drühe ich mich selig, du Krippel. So, nicht. Hab dich. Arschkratzer. Jetzt könnte ich auch mal runtergehen und die eine Munition holen, ne? Aber da ich mit ziemlicher Sicherheit sowieso wieder verrecken werde, werde ich es mal drauf ankommen lassen. Oh. Was haben wir denn da? Batterie. Diese große, tragbare Batterie wird benutzt, um elektrische Ausrüstung bei Stromausfällen zu betreiben. Okay. Da wissen wir schon, wo das hingehört. Dann kommen wir dort eh vorbei, das passt doch gut. Dann können wir noch die eine Patrone mitnehmen. So schleiche ich eigentlich. Jetzt brauche ich gar nicht schleichen. Ähm. War da was? Eine Flasche. Eine Flasche. Eine Flasche für mich. Lala. So. Gehen wir runter. So. Oh. Oh. Äh. Hallo. Ich geh wieder rauf. Ich trete ihn runter, wenn's geht. So. Ähm. Ich werd mal zur Sicherheit... Ja. Nehmen wir den Revolver. Das hat eigentlich nicht so hingekaut, wie ich wollte. Okay. Das wollte ich so eigentlich nicht. Ich wollte ihn runter treten. Naja. Was soll's. La 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 la. So. La la la. So. Mal schauen, ob's noch irgendwo Gegner gibt. Schaut nicht aus, ne? Das heißt, wir müssen da wieder durch. Das heißt, wir schleichen uns wieder. Warten natürlich, bis der Ding rüber drüber ist. Und jetzt. Jetzt können wir theoretisch, wenn das klappt, gleich hier rüber. Okay, klappt nicht. Ich dachte, er kann drüber hüpfen. Nein. Das sind wahrscheinlich genau fünf Zentimeter. Die gehen nicht. Keine Chance. So. Das ist mir auch zu blöd. Das wäre ich draus, um die jetzt mal kaputt zu hauen. So. Jetzt können wir da nämlich mit der Ruhe gehen. So. Und? Strom. Boah. Jö. So. Und jetzt? Das Tor ist offen. Okay. Jetzt können wir da durch. Schön. La 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 la. So. Munizionchen. Hammer alles. Gut. Dann schauen wir, dass wir da durchkommen, ne? Das war klar. So. Oh, ich will da keine Tränen Ich will da keine Tränen So ein Safe-Room wird mir jetzt gefallen. Ehrlich gesagt. Eine Karte. Super. Oh, ich soll doch mal schauen, gibt es hier vielleicht... Ich hab sicher wieder die eine oder andere Statue übersehen. Soll ich nochmal... In den Raum kann ich nicht mehr zurück, ne? Nein. Das hab ich versammert. Die hab ich voll vergessen. Zu schauen. Da hab ich sicher zwei, drei übersehen. Oder eine. Gut. Dann zum Wetter. Nein. Wir müssen da runter. Was zu... Oh je. Oh je. Oh je. Ich werd da ganz sicher verrecken. Hm. Oh je. Das ist schon irgendwie vorprogrammiert. Ich werd hier ganz böse sterben. Ich sollte vielleicht mal Waffen-Check machen, ne? Voll. Die können wir noch voll machen. Dann... Alter, ich denke, ich hör was. So. Kontrollpunkt. Das ist natürlich nicht gut. Das heißt, da ist wieder schlimm. Äh, da ist sehr wahrscheinlich wieder schlimm. Wie viele Spritzen haben wir nur eine. Verdammt. Dafür der erste Hilfe-Koffer. Den könnte ich theoretisch nutzen, oder? Ich nutze ihn mal. Weil noch ist kein Gegner hier. Dann sind wir nämlich komplett gesund. Und unsere... Unsere Gesundheit sowieso wird ein bisschen verbessert, ne? Hätte ich vielleicht vor dem Kontrollpunkt nutzen sollen. So. Die Wirkung lässt nach. Passt. So. Dann machen wir da mal kaputt. So. Ich bin leicht nervös schon wieder mal. Da haben wir was. Eine Spritze. Ein Hebelchen. Vielleicht lasse ich doch noch. Okay, das ist ungut. Ah, was haben wir denn da? Mhm. Habe ich mir schon gedacht. Na komm, klar war's. Ich habe es gut gehört, Verdecken. Okay, das hat schon so komisch angehört. Ich habe es mir gerade gedacht, ich sollte besser abhauen. Das war zu spät. Okay, vielleicht besser zuerst kaputt hauen. Schlüssel holen. Wäre wahrscheinlich bessere. Da haben wir auch eine Tür. Also nochmal. Jetzt haben wir Glück. Das ist diesmal mehr. Grünes. Halt. Da ist noch was. Jawohl. 200. Naja, besser als nix. So. Nochmal. Dann hier. Dann. Muss ich das jetzt erschießen, ne? Also dicht wäre auch nicht schlecht. So. So, dann lieg's wieder aus. Sehr super. Ja, das lief gut. Jetzt wäre nochmal ein Kontrollpunkt nicht schlecht. Ich glaube nicht, dass der sich nochmal für uns auftut. Vielleicht wäre es jetzt auch klug, die hier zu verbrennen. Äh, hoppala. Ich wollte die jetzt eigentlich nur verbrennen. So. Bevor die vielleicht wieder aufstehen. Ne? Aber harm tun sie nix für uns. Nein. Ich hab mir das Gefühl, wir werden jetzt sehr gleich einem bösen Monster begegnen. Ach ja, das erste Hilfe-Paket. Ne, ich wusste, ich hatte was vergessen. Ähm, das sollte ich auch noch nehmen. So. So. Dauert wird ein bisschen, tut mir sehr leid. So. Dann können wir uns schon mal nach vorne wackeln. So. So. Hier wird wahrscheinlich nix gehen, ne? Na. Hier geht nix. Gut. Na dann. Okay, rührt sich nicht. Das ist auch nicht gut. Dann bleibt ja nur noch die Tür hier, ne? Ich muss mir das Licht ausschalten. Tut mir sehr leid. Und ab gehts mir schuld. Okay. Let's go. Okay. So. Jetzt. So. Ein bisschen warten vielleicht. Vielleicht kommt er wieder zurück. Ich wäre schön, wenn ich wenigstens einen davon mit dem da kaputt machen könnte. Ich stecke fest. Das geht einmal gar nicht. Okay. Also mit der Flasche. Okay, mit der Flasche geht das nicht. Dann machen wir es halt so. Na gut, geht ja auch. So. Jetzt habe ich zu viel Munition. Eigentlich wird von der Strott verbraucht. Das ist nicht gut. So. Ich muss mich mal kurz umschauen. Das Ding, da geht mir auf den Keks. So. Da haben wir alles, glaube ich, ne? Ja. Nein. Halt. Halt. Stopp. So. Sehr gut. 300. Das ist super. Aha. Aha. Mhm. 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 Alter, au. Das mit der Flasche, das muss ich noch üben. Das muss ich eindeutig noch üben. Hä, wo ist denn jetzt? Da. Ich sehe nichts. Das ist besser. Geh, sterben. Das muss ich echt noch üben. Halt. So. Das muss ich noch eindeutig üben. So, jetzt hätte ich da eigentlich sehr viele Bomben. Zum Kaputtmachen. Aha. Da haben wir auch was. Das wollte ich jetzt nicht. Ich bin mit dem einen Fuß... Ich bin jetzt da doof mit dem einen Fuß ran. Das war sehr unfug. Das wollte ich jetzt nämlich gerade entschärfen. Und dann stößt er genau mit dem Fuß dran. Ah, ich werde sowieso sterben, wenn ich so weitermache. Also es ist eigentlich... Eigentlich müsste ich es von vorne machen. Eigentlich müsste ich das jetzt schon von vorne machen. Ich werde mich noch ein bisschen umschauen. Was man hier noch so alles versemmeln kann. Und dann machen wir das nochmal. Und zwar ein anständig, hoffe ich halt. Dass es anständig wird. Schön, wenn wir gleich zu einem Boss kommen. Und dann trifft mich sowieso der Schlag. Wir beenden mal den Part. Ihr Lieben, das war es wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wie ihr dieses Desaster hier seht. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi.